Du benötigst den Hersteller bzw. die Seriennummer deines Monitors, kein Problem, unter Windows 11 kannst du das direkt anzeigen lassen. Wie das geht, bleibt dran. Es kann sein, dass du den Hersteller bzw. die Seriennummer deines Monitors brauchst. Die kannst du jetzt unter Windows auslesen. Wie das geht, ganz einfach. Du benötigst hier so einen Code, den tue ich auch gleich in der Beschreibung ein. Dann machst du Windows PowerShell auf, als Administrator, sehr, 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 sehr wichtig. Startest du und sobald du das gemacht hast, kopierst du den Code hier ein. Und wenn du auf die Enter-Taste drückst, siehst du hier, hier steht bei mir jetzt Sem, bedeutet, ich habe einen Samsung-Monitor. Das gleiche kannst du machen, wenn du die Seriennummer benötigst. Und zwar habe ich hier auch den entsprechenden Code, den wir brauchen, den kopiere ich hier rein. So, mit Enter-Taste wird auch die Seriennummer angezeigt. Ich hoffe, dass dir diesen Tipp geholfen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Abo würden wir uns freuen. Danke und bis bald.